Danny, wir starten jetzt aber erstmal mit EA und FIFA. Da gab es nämlich einen richtigen Hammer diese Woche. Es geht um eine Aussage von EA, die haben nämlich gesagt. Man muss bedenken, dass man alle Inhalte auch erspielen kann, ohne Geld auszugeben. I doubt it. Ja, ich auch. Ganz kurz zur Einordnung. Also FIFA Ultimate Team, das Jamba-Spar-Abo unter den FIFA-Spiel-Modi. Da geht es um, dass man mit Spielerkarten sich so irgendwie sein Dream-Team zusammenbastelt. Und diese Spielerkarten, die bekommt man entweder, indem man ganz viel Zeit rein investiert oder indem man ganz viel Geld rein investiert. So ein bisschen wie in der Liebe. Ja, ne, mal im Ernst. Also rein faktisch ist an der Aussage von EA nichts auszusetzen. Mit Geld geht das Ganze aber viel, viel schneller. Und dazu muss man auch ein bisschen Glück haben. Man investiert sein Geld nämlich nicht in Karten, sondern in Packs und muss dann auch noch mit ganz viel Glück daraus die geilen Karten ziehen. Manche Leute nennen es Pay-to-Win. Im EA sagt dazu, Probleme sind nur doch nirgendwo Chancen. Dass das Ganze Glücksspiel ist, hat Hauke an anderer Stelle schon einmal zusammengefasst. Das Video findet ihr natürlich auf eSports.com. Ist richtig, aber um Glücksspiel soll es das auch gar nicht gehen. Lasst uns doch mal auf die Aussage von EA zurückkommen. Die sagen nämlich, man kann jede einzelne Karte im FIFA Ultimate Team erspielen. Wenn man jetzt aber das beste Team haben will, dann muss man dafür 93 Millionen Coins ausgeben. Ein Reddit-User hat mal ausgerechnet, wenn man der beste Spieler in allen Modi, also Division Rivals, Weekend League und so weiter ist und 70 Spiele pro Woche macht, also drei Stunden Zeit pro Tag investiert, kommt man umgerechnet auf 480.000 Coins pro Woche. Ein FIFA-Jahr hat 52 Wochen, so wie ein normales Jahr. Das sind also 25 Millionen Coins pro Jahr. Da fehlen mir immer noch, wenn man davon ausgeht, 93 Millionen Coins kostet ein Team 68 Millionen Coins. Jetzt der Daumen? Ja. Super. Ist EA stupid? Nö, eher clever, weil wenn du ganz oben mitspielen willst bei FIFA, dann musst du eben Geld reininvestieren. Finde ich ultra schade, weil beim eSports soll es ja nicht darum gehen, den dicksten Geldbeutel zu haben, sondern eher die besten Fähigkeiten am Controller, an der Maus, wo auch immer zu haben. Ich verstehe halt nicht, warum man eSports-Turniere nicht einfach in einem anderen Modus spielen lässt. Ach ja, dann würde EA ja, ah, das Geld verlieren, was Spieler in Foot reinpumpen. Teilweise wird es ja sogar versucht, aber das wird halt nicht angenommen von den Spielern, weil Ultimate Team ist eben der beliebteste Modus. Ich würde mir einfach wünschen, wenn FIFA eSports nichts mit Pay-to-Win zu tun hätte. Genug aufgeregt, es gibt auch noch andere spannende News. Zwei sogar. News Nummer eins, Danny und ich können auch aufstehen. News Nummer zwei, es geht um diesen Mann hier. Das ist Faker, einer der bekanntesten eSports-Stars der Welt. Dreimaliger Weltmeister in Leech of Legends. Genau, sowas wie die HelloFresh-Box unter den LOL-Profis. Sehr schön anzusehen, aber mit meinen Händen könnte ich das niemals nachmachen. Und der Kollege wird jetzt Werbegesicht für McDonalds in Südkorea. Das heißt, die Fans der dortigen Profiliga können sich jetzt nun ein Menü mit Sammelobjekten bestellen. Zum Bestellen muss man aber mindestens Gold 3 sein. Ja, und am Ende siehst du, wie Faker selbst einen Burger schneller, besser und erfolgreicher isst als du. Wahrscheinlich, ja. Wir kommen jetzt zu unserer neuen Kategorie Verrückt, Kurios, Internet. Verrückt, Kurios, Internet. Wunderschön. Grüße an dieser Stelle an unseren Special-Effects-Designer für dieses Wahnsinns-Intro. Kriegst ein Zehner extra dafür, versprochen. Jedenfalls geht es bei Verrückt, Kurios, Internet um die neuesten Fundstücke aus dem Netz. Genau, und diese Woche geht es um MrBeast, Streamer und YouTuber. In seinem Stream gab es eine Challenge und dafür sogar eine extra designte App. Ziel dieser Challenge war es, lange genug seinen Finger auf dieser App zu lassen. Und der oder diejenige mit dem längsten Atem hatte das Ganze dann am Ende gewonnen. Also das, was meine Mutter mir jahrelang versucht hat, beim Zeranfeld abzugewöhnen, bringt auf einmal Kohle? So sieht es aus, aber man kann sich das schwer vorstellen, finde ich. Deswegen können wir vielleicht kurz gucken, wie das Ganze aussieht, dann hat man ein besseres Bild. Perfekt. Also so sieht das aus, man muss dabei auch noch ein bisschen konzentriert sein, weil man darf den Finger nicht die ganze Zeit an derselben Stelle haben. Hier sieht man es nochmal. Und dann heißt es einfach nur, zwei Tage lang durchziehen, konzentriert bleiben, ohne Schlaf. Und schon hat man gewonnen. Danny, sag mal, die Hand die ganze Zeit am selben Fleck, das kennst du auch von zu Hause, oder? Ja, absolut. Jedenfalls zwei Tage und drei Stunden hat das Ganze dann gedauert. Und der Twitter-User swagbacon123, hier ein Bild von ihm, hat am Ende gewonnen. Wir haben ihn dann als Click-Generator für unseren YouTube-Kanal eingestellt. Ein kurzer Einschub einer positiven News, denn der WoW-Streamer Asmongold hat in einem Charity-Stream für bestimmte Donation-Goals Aufgaben erfüllt. Das kennt viele noch von früher vom Schulhof, wo Lars für 10 Cent Erde gegessen hat. Grüße an der Stelle. Grüße auch von mir. Asmongold hat unter anderem auch in seinem Stream angeblich das allererste Mal Salat gegessen und dafür gab es dann einfach mal so 100.000 US-Dollar Spenden. Und danach hat er noch geduscht. Mit Hose. Beides Dinge, die wir auf jeden Fall unseren Zuschauern auch grundlegend empfehlen würden. Also zumindest das mit dem Duschen, nicht das mit der Hose. Am Ende kamen 370.000 US-Dollar Spenden zusammen und die gingen dann an eine gemeinnützige Organisation für benachteiligte Kinder. Am Ende kamen 370.000 US-Dollar Spenden. 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 Am Ende kamen 370.000 US-Dollar Spenden.